Grüß dich Lan. Willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind in einer Episode, wo wir extrem viel Carryweight-Probleme haben. Und wir sind am Ende eigentlich angelangt von dem Dungeon. Aber ich habe dann die Episode einfach beendet, weil ich es schon 10 Minuten überzogen habe. Ein Master-Dollock, okay. Und, okay, jetzt habe ich mal gemerkt. Moment. Okay, das ist weniger, mehr. Lass mich schon konzentrieren. Passt. Einfach Visual Cures. Super easy. Oh, da ist ein Chest. Ah, wir sind schon wieder voll. Monster neu. Da sind ein Haufen Monster neu. Und? Moonstone van. Und sonst nix. Na ja. Auf jeden Fall, es ist absolut nice. Was uns geschehen ist. Und zwar haben wir Almost guaranteed genug Metal. Ja, jetzt würde ich mir gerade den Dagger nehmen, aber Wir haben unseren Org-Dagger bei der Welt angekaut. Wir haben nur mehr Eben. Okay. Das sind nur zwei Solids. Ich habe keinen Platz, meine Freunde. 50 ist sie bei mir, maus. Ja, das war gut. 50 Pickpockets. Aber so richtig bringen würde sie das heute auch nix, ne? Ich bin ja ein wenig müde. Es tut mir leid, meine Freunde. Ich nehme mich schon. Also, das ist die vierte Stunde, die, was ich jetzt anfange, zum Recoden. Aber ihr sollt euch nicht weiter drum scheren. Das war gut zum Entschaden, dann. Da sind wir eh bald Level 80 und dann Level 100 wird dann auch easy. Vor allem werden wir ja dann vorher ausbilden können, ne? Ja, ich glaube, es ist 60 Alchemie Sascha am Kommen. Oh, Green Thumb ist nicht schlecht. Aber Speech Ja, ich muss leider liegen lassen. Wohl oder übel. Ich nehme auch, ich kann... Möchtest du, wo der Key ist? Ah, jetzt geht's, wo du? Na? Es ist... Hallo? Es ist hier, meinst du? es ist so viel so viel Loot einfach es ist unglaublich es ist unglaublich ja meine Freunde das einzige was wir jetzt noch haben von den Dwemer Teile ist das Solid jetzt müssen wir das einzeln droppen das ist bitter weil die sind viel effizienter die Scrapplates da weil da kriege ich aus einem Zweigwicht immer 3 raus aber ich weiß nicht warum ich da eingegangen bin ich bin froh dass ich die Episode beendet habe weil das war eine Sackgasse oh da ist ein Chest ist da da hier drin na gut let's go ich will euch nur sagen wir haben 500 Wade ja und die können trotzdem nicht alles mitnehmen das ist so krank aber ich bin mir nicht sicher ob wir 50 Items haben aber wir brauchen keine 50 Items aber 33 Items und 33 Kano wir brauchen nicht einmal 33 weil wir haben wir schon ein paar das wird schon sehr gut und jetzt kommt ein cooles Rätsel und jetzt kommt ein cooles Rätsel das ist was 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 Somebody like them! If Gavros ist gone, they isn't hope. He was supposed to return with the Krystal. The Krystal Hover. And you? If you're here for treasure or wisdom or anything... It didn't work the first time. I tried to tell Gavros, but he wouldn't listen. No, it won't be too cold. Well, I was right, wasn't I? We're focused completely wrong by the time we got here. The cold had warped. Gavros had to cart it all the way back to Cyrikiel. Wie in der Welt? Das ist es! Das ist es! Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast... In Wahrheit, wer du bist? Du bist. Savos würde uns nicht sogar einen Publikum anst, wenn wir zu dir gekommen sind. Aber jetzt kommen wir hier. Ich bin nicht so, wie das ich dir erzähle. Aber du sagst, komm, ich werde erklären auf der Weg. Gut. Das war meine Idee zuerst. Der Council wird das wissen, wenn ich zurückkomme. Ich war derjenige, der zu benutzen, diese Ocularie. Ich weiß nicht, was die Dwarven genannt haben. Ich bin sicher, etwas unpronounceable. Von der ganzen Forschung, es scheint, dass sie auf die Natur des Divine. Diese Maschinerie, all das alles, war zu holen. Das ist ein Einzelnen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht sicher, ob es das irgendwie verletzt? Okay. Das war mein Ding. Du hast einen der wichtigsten Elemente, wo wir uns auf den Fokus auf der Crystaln und das Jahr. Das war's. Wir haben das. Der Wolf Queen. Oh, okay. Das ist das Oculory. Ja, ja. Wunderbar, meine Freunde. Zehn Minuten in und wir sind fertig. Und zwar kann ich mich erinnern, wie das geht. Und zwar geht das so. Wie gehen wir da her? Nehmen wir Frostbite und the Flames. Das werde ich brauche, du. Auf dem Koks. Koks. Wir lernen die Bücher. Erst. Job. Ähm. Ja. Obwohl sie jobbt. Nehmen wir es wieder mit. So. Ah ja, es ist nichts. Weil ich muss installieren. Oder kannst du die Bären? Ähm. Ähm. Spells. Hier ist es. Magnifisch, ist es? Du hast eine unglaubliche Arbeit gemacht, um es wieder zu gehen. Jetzt hoffe ich, dass es alles gut ist. Verstehe das Krystal in der Hauptsache, und wir können den Prozess fokussieren. Geh weg von mir! Nehmen Sie etwas? Ich bin ein Genie! Ich weiß nicht, dass du das Feuer willst, woanders? Du weißt, woanders weg von mir? Es funktioniert, es funktioniert. So, was it? Did you know what we were attempting? Are you here to make sure your plan worked? Well, explain yourself. You show up here, just as our work nears completion. Do you think me a fool? How did you do it? Just, this should be lit up brighter than the night sky, and it's not! What? You have something at your college, don't you? Something immensely powerful, beyond anything I've anticipated. What is it? Well, now, this I hadn't... If that's taken into account, these results make more sense. Yes, the staff. Interesting. I can't explain the details. That would be giving away many secrets the Synod have learned over the years. Also, I doubt you'd be able to comprehend the details. Have you seen the orrery in the Imperial City? It was the inspiration for this idea. Instead of projecting the sky, we project all of Tamriel, and then harness the lake energies to overlay the positions of... What's important is that all of this work was designed to reveal to us sources of great magical power. It's purely to help safeguard the Empire, of course. And yet, in the end, only two locations have been revealed to us. One is your college. The other... Well, that can only be Labyrinthian. So, Mage from Winterhold. Despite your intention... Even if all you've said here is lies. I know you have something in Winterhold. So fine. Trudge off to Labyrinthian in search of your staff. I... This is not over. I assure you. Am I? Am I? I think I've discovered... Your trickery won't confuse me. I think our side. I want to keep reduction of this. Ah... свое power ofafцевance. Whichever is... last time. I don't need it... Whichever has done, do you think? I umm... um... Äh, das Game zu beenden. Habe ich genug Platz für Ando? Nope, definitiv nichts. Jo. You have done well thus far, but trying times are ahead. It is imperative that you return to your college at once. Hm. You will be called on to take swift action. Rise to the challenge and discover what you are capable of. Schum, man! You are on the right path and you will prevail. Gange schnell. Aber das hätte ich ohne die alt gewusst. Für die. Return to Skyway. Ach, ähnlich draußen aus dem dunklen Gebiet. Bin echt dankbar. Puh, also meine Freunde. Ähm. Wir machen einen Abstand hier. Noch. Was der, ähm. Ähm. Labyrinthian ist. Muss der doll irgendwo sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Okay. Okay, eben noch, dass sie kaum von sie kommen, aber erlasst. Und jetzt. Wird das Beste passieren ever. Warten. Also muss ich mal kurz verfahren? Was das? Wird das? Wird das? bist du nicht? Wird das? Wird das nicht? Wird das nicht? Wird das? Was das nur noch? Wird das nicht. Wird das nicht?". Und jetzt schmolzen wir alles. Das ist das, aber wir schmolzen das und haben mehr Gewichtesfeuer. Das ist extrem nice. Jetzt ist die große Pressfrage. Haben wir 100 Ingets? Äh, ja 100. Uns für uns 7 Dwarven Metal Ingets. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir die 7 haben. Ja, wir werden ganz langsam. Und wir werden jetzt... Ja, ich habe nicht einmal Waffen, die entscheidenden. Okay, es konnte aber allerdings ausgehen, dass wir... Es kommt so aus, gell. Dass ich alle 100 upgrade. Und dann ein Chant. Danke dir. Das letzte Mal, dass wir mit 11 Tagen rum... Ja, wir springen gleich, glaube ich, Glas. Je nachdem, ich glaube, wir brauchen nämlich ein paar Level. Du bist zurück. Ja. Kann ich ein paar Gold, um zu sparen? Bitte? Sure. Du bist der Beste. Danke. Gut, meine Freunde. Wir holen uns... Wir haben sogar fast genug Eier. Ah, super. Aber... Mh... Mh... It's so tasty, my friends. Very tasty, indeed. Na ja. Also mir wurde gesagt, online habe ich gelesen, dass man... 100 Dwarven Bowls braucht, plus 100 Verbesserungen auf 100 Smithing. Jetzt werden wir uns jetzt direkt anschauen, ob das stimmt. Dann werden wir alles enchanten. Und da bin mir ziemlich sicher, ich werde mit einer Yore nicht bewegen können. Achso. Da dann mal Nettelbein rein. Und jetzt schüllen wir 100... Oh, Moment. Ich habe einen Loverstone, das wird schon gehen. Ich bin zuversichtlich. Ich muss nicht gerne da mal einfach reloaden, weil 100 Items stelle ich immer ebenso her. Wir brauchen nicht nur einen, gell. Wir brauchen sicherer Leder. Für den Dwarven Bow. Ja, fuck that up. Dwarven Bow. Nein, brauchen wir nicht. Okay, das sollte eigentlich ziemlich straight forward sein dann. Ähm... Wie machen wir es? Wir safen. Und wir machen... einmal alle Dwarven Bowls. Wie machen wir es? Ich habe ein großes Problem da entdeckt. Ich habe mich extrem vergewichtigt. 96 Taten Bons. Ich muss wieder auf die Dingdruckt. Okay, warten wir schon ein paar Stunden. Ich habe gerade ein Problem entdeckt. Man braucht nicht 200 Waffen-Dinger, sondern man braucht 300, nämlich 100 extra. Und ich hoffe, du hast noch ein paar... Irgendwie gibt es für mich? Kein Ebony, wie üblich. Ja, wir sind aber weit gekommen. Was ist das? Ich habe keine Alchemy. Ich hoffe, schon. Carrying Capacity. Okay. Aua. Plus Leitarmor war noch cool. Das ist, was das ist. Was ist das? Ich habe 100 Waffen-Bows. Ja, jeder Waffen-Bow ist... ...extrem schwer. Achso, Moment. Weil, wann er die jetzt upgrade? Das geht's in Nemo so aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht ausgeht. Das ist traurig. Mehr Volume, mehr Ding? Was glaubt ihr? Na dann, meine Freunde. Wir... Quick-Laden. Und werden jetzt was probieren. Und zwar, ähm... Sehen wir uns wie... Haben wir da jetzt alles schon hergestellt gehabt? Nö. Genau. Ich bin noch hier. Was musst du nehmen? Und Blacksaur. 5-Kreis auch noch. Nein, okay. Okay. Ich überleg noch, achso ja, wir konnten einmal auch Gold, das können wir verkaufen, da nehmen wir eins mit einem Ringbühel, gut, wo ist mein Leder, ja schönes, oh Fechsack, ähm, oh, was habe ich gerade gegeben, habe ich nicht den Helden, einen Hafen, ich bin trotzdem hier, was musst du nehmen? Das zählt nicht, okay, ja, whatever, dann haben wir das da nicht, okay, ich habe mich verdammt, ähm, ja gib mir bitte alles, weil wir werden nochmal zurückgehen, nach dem da, nach, ähm, Süft, sie hat das ganze arg genommen, die ganzen Bahnen hat sie geschafft, dass sie es nimmt, ich bin, amazed, Ironbass, Ingot, warum bin ich immer noch voll? How can that be? Ich meine, das darf doch nicht wahr sein, das ist immer noch so viel rein und so, Achso, weil ich jetzt die Dinge habe, gell? Ah, das Leder habe ich eingesteckt, das ist das Problem, okay. Gut, sorry, ich habe die letzten 10 Minuten nur verschissen mit Scheiße, aber ich verspricht euch, wir sind gleich. Ich habe jetzt echt ein Wort, dass ihr auf, äh, 100, Ding, um, auf 100, smithing, das ist, äh, haben wir irgendwie anstrich durch die Rechnung gemacht. So, wir machen jetzt nämlich smithing hier, wir hören uns den Warrior Stone, und wir haben Sex mit meiner Isolda, das ist, gibt mir nämlich nur mal 15% mehr XP. Wir gehen ja nur noch mal so oft und holen alles. Achso, wir müssen alles herstellen. Wir haben genug Items dafür. Oh, ich bin sicher, wir haben einen Perk. Nicht das, sondern, Enchanting. Ach, aber es ist ein Skill Enchantment. Das könnte jetzt, äh, blöd gewesen sein, aber wir kriegen ja sowieso ein Level von, ähm, Dingens. Und ich kann fix kein Dwarven Metal Ingots draus machen. Nö. So, wir kaufen uns dann schnell ein paar Metal Ingots. Achso, na, 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 na. Doch. Och. Aber nicht exklusiv. Äh, jetzt gehört keiner. Du bist nutzlos. So. Opa. Weil wir müssen nämlich einmal das Ding wegkriegen. Verwandern. Gut. Telling Rack. Let's go. Nichts Telling Rack. Wie kannst du das herstellen? Na. I don't give a frick. Leather Armor. Und wer Hyde Armor hergestellt, oder was? Amor. Und? Was nun? Okay. Okay. Hide Armor, Bracers, Helmets, Shoes. Das ist das. I help my father in more ways than people. Disgusting. Oh, let's go. Oh, let's go. Hello, my love. Back from some adventure, I bet. Isti. Hallo. 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 Hallo, Mr. Shoot. Äh, Mr. Lydia. Warum bist du immer noch da? Okay. Fünf Grand Soul Gyms. Ich mag es hier. Die Träne im Park ist so schön. Oh, let's go. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Heretische Gedanken. Wotar, was glaubst du. Sein Sie N Seducers. Was liest sie? Die Herzlichen von Shil'Gorath. War das nicht, äh, der Loki verschnitt? Der Shil'Gorath? Sag dir. Sag dir. Jetzt wird es mich schon zack, ich bin schon mehr, das ist die vierte Stunde, die ich aufnehme. Und die ganzen Wochen habe ich mich schon gefreut auf Skerry, meine Freundin. Und jetzt hauen wir es endlich. Jetzt enchanten wir unsere Gier, ...towards Smithing. Enchantment. Fortify Smithing. Da sie ist. Elven Armour. Grand Soldier. Zwei Smithing. Goldring. Grand Soldier. Und Shilled Necklace. Was kann ich nur auf die Boots hauen, was man ausbringt? Und... ...Nichts. Also man merke... ...Ehm... ...ne Bootson von Popsch. Aber wollen wir jetzt... ...eine Waffe hätten, nicht wahr? Zum Beispiel... ...me Elven Sword. Wo ist mein Elven Sword? Das. Was? Wir haben jetzt nämlich Banish, ne? Normalerweise hast du Stamina Damage. Wollen wir Banish jetzt mal? Und wir sind so kurz verfugt. Speech. Eurer Vorder. Nice. Gut, we quit smishing. Smishing? Ja, das war cool, wo die... ...wo die Sachen, ähm... ...benennen könnte. Aber, das ist immer easy. Ähm... Weapons and Armor. Weapons and Armor. Weil das... Der Armor gibt jetzt 60% besser. Alles, was ich herstelle. Nämlich. Und... Hast du 6% mehr XP? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber... Äh... Fortify Smithing Potion. Könnten wir uns schnell organisieren. Dann... Geh... Geh... Geh ich schnell nach dem Soft. Und... Hol' ich mir nur mal alle... Äh... Large Tremor... Solid Teile. Die, die sich drin liegen lassen. Dann... Damit das ja ausgeht. Dann hol' ich mir ein... ...ein... ...ein Heavy Stone. Ich mach... Ich mach's super. Gib mir alles, was du hast. Wir haben 3000 Gold. Das ist super. Ich mach's mal. Ich mach's mal. Ich mach's mal. Ich mach's mal. Das wir alles... Oh. Moment. Schau mal schnell. Fortify Smithing... Yes. Haben wir zwei Atems. Nice so. Da legen wir jetzt schnell die Alchemies auch noch. Okay... ... Okay. es ist was es ist oder wer sich auch immer diese episode im nachhinein anschaut es ist ein uhr früh ich spiel schon die vierte stunde skyrim und bin seit vier stunden am labern von dem game ich kann schon gar nichts mehr sagen ich werde das wahrscheinlich vollkartet haben das video und wann nicht woops auf jeden fall diamond necklace alchemy ich habe kein ding verloren ich habe nicht das ding ausgeben letzte episode sondern eher created potions gut man muss das echt umbenennen kinder es ist nämlich das kann ich verkaufen weil der preis ist dann 15 prozent bett bei tucker oder der rest Ich verkack nur Zeit. Wir haben noch 24 Minuten. Dann geh ins Bett und nehm dann morgen was anderes auf. Also in fact die ganze Woche nehm ich dann was anderes auf. Okay, wir gehen dann wieder runter zu ihr. Machen Smithing Potions. Hören uns in den Warrior Stone. Schlafen im Bett und es wird hageln. Ich hoffe die kriegen wir noch auf 300 Bahnen. Und das ist dann einfach das... Also ich hab nix mehr, ja. Ich hab alles was für Potions. Yes, yes. Yes, yes. Das ist dann 60% das reicht uns. Es gibt Cup Potions of Alchemy, by the way. Aber es müsste doch eigentlich Fortify Enchanting geben. Das ist ja nur nicht hoch. Och, das ist 60% Beste. Und ich schau alles auf, mach mal schna... Ah, Butter Potion. 17% das passt schon. Gut meine Freunde. Dann legen wir uns an. Schauen wir im Vorhinein. Weapons, Weapons, Weapons. Genau. Geht da hin. Wir... ...legen den Großteil, was wir haben jetzt... ...in Singer, ne? In... Was ist das Schwache, was ich auch hab schon wieder? Ich meine, das hat... Ah, wait, eins. Wait, by the way. Es ist einfach Wahnsinn. Okay, äh... ...messuft. Wo... Wo war das? Oh, ich bin schon summiert. Meine Freunde. Labyrinthian. Ah, ich war schon wieder bei der Creep Cluster rechts. Yes, Sir. Wunderbar. Und ab nach mir so oft. Wir gehen nur rein und holen uns die, ähm... ...die Sollessachen. Das ist alles, was wir brauchen. Und alle Überbleibsel, die, was wir nicht... ...kollt haben. Wisst's was? Oh. Ich werde euch das vielleicht skippen. ...oder auch nicht. Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Nein, es gibt's einfach nicht. Es kann nicht mehr als drei Minuten dauern. Weil das Richtige sei, kann man ja schon was. Und wir holen uns wirklich nur die Solids. Mit den Solids sind wir sicher gut dabei. Es hat uns sowieso nichts zu holen. Gibt's euch das so schnell? Wie schnell wir durch sind beim zweiten Mal. Ich rede jetzt ganz wenig, weil ich muss alles scannen. Ja, da haben wir sicher alles durchgeschaut. Wir haben so extrem viel Stamina, meine Freunde. Extrem viel Stamina und trotzdem geht's uns ständig aus beim Schwertkämpfen. Ja. Wie sieht denn schon eigentlich? Fuck. Nein, ich mach keine Exo-Damage, das kannst du knicken, ich lasse es einfach. Ja, ja. Nehmen wir sie mal dabei mit, die Struts. Sie geben nicht viel, aber sie geben ein bisschen was. Ein bisschen ist besser als gar nichts, weh ist dir. Ah weh. Immer bei der Arena. Bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Liegenlusten habe. Nehmen wir sie aus. Nope. Oh. The second time around. Bringt mir viel weniger. Aber da ist ja immer noch ein bisschen was. Oh, da ist Scrap Metal. Jede Scrap Metal, den ich bringe, sind drei Bahnen extra, by the way. Oh, da hab ich was nicht aufgemacht. Okay. Okay, nix mehr. Die Gegner sind schon alle die Spons, oder was? Das ist so ein Ex, die man sich nicht loten kann. Das stört mich. Das stört mich nicht. Okay, und jetzt kommen wir zum Interessanten. Das stört mich nicht. Das ist so. 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 Und so wie es ausschaut, werde ich wieder alles troppen müssen. Weil da da unten sind ein Haufen Solid Drimmer Teile. Wie viel wird es? Ich finde, ich muss eben schön einzig nerven. Und jetzt. Und zwar Sonic Dramer Metal Vier Stück La 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 Dekorative Die sind scheiße Passt Das sollte schon alles gewesen sein Was ist denn? Ich habe da drinnen noch einen verloren Yes Und noch einen Und ein Scrap Metal Und Perfect Noch eines Und noch eines Und noch eines Ah, ich bin so froh, dass ich nur mehr zukommen will Ja Du gibst mal deine Struts Large Dekorative Deine Struts Du kriegst von mir Solid 7 Solid 7 Solid werden wir Let's go Ich bin immer noch Achso Für jeden Solid den ich find Oh, das war Oh, das war Paul Passt Ja, ich nehme auch das War's Ja Ziemlich sicher, das war's Das Solid Da links liegt nur einer Liegt nur Dreck Sehr gut Ah, und jetzt haben wir sicher genug Ich bin mir zu 50% sicher, dass das jetzt funktionieren wird Alles Was zu So, dann müssen wir da hoch und dann raus Da ist nix, wunderbar Und jetzt ist mir so wirklich gecleared Ich konnte nur mehr in die Räner für das bisschen was noch übrig ist, aber I don't see the point Da haben wir wirklich einen Haufen Dreamer-Metalys Nicht gecheatet, by the way Wir haben net Amo in NPC resetten müssen Und jetzt werden wir Die ganzen Bahnen herstellen Alles in die Bank hauen Schauen Nope Guardianstones 30% Dann legen wir uns 24 Stunden ins eigene Bett Ah, und die kann ich aber nicht mehr wechseln, gell? Na, Magic Skills Warrior Skills Das ist aber nur 20% Ich will einen Smithing Stone Alles klar, meine Freunde Ich hab schon richtig Warrior Stone Ist für Smithing Genau Jetzt machen wir alle Barren Wir haben 10 Minuten Um das alles zu machen Vor einer halben Stunde hab ich's probiert So larifari Ne Das hat net funktioniert Und wenn's jetzt funktioniert Äh Das, 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 das Danke dir Leid on man You may go home now Und 15 18 Und das zu einer Lar 45 Also Die Chancen, dass wir genug Barren haben, stehen gut Ähm Wir schlafen jetzt 12 Stunden Traden mit ihr Iron Bars Wir haben uns für eine Iron Bars Nicht viel, aber ein paar Ich hab's hier Ich hab's hier Ich hab's hier Ähm... Ayla, kannst du sie... Danke dir. Gib mir einen Ingot. Sehr gut. Kein Ebony Ingot. Na ja. Ich bin immer noch voll. So, jetzt kommt der große... Kuh. Nämlich... Ich weiß, ich bin schon... Ich bin schon ein wenig... Verrückter, aber ich verspreche euch... Es wird alles funktionieren. Weapons & Amour. Weapons & Amour. Weapons & Amour. Wir haben das Smithing Potion. Was ist denn da? Schau Papa, ich habe einen neuen Freund. Oh... Ein Fuchs? Kann ich ihn halten? Bitte? Du bist der Beste. Danke. Ich hoffe, dass er kein Arabi ist, weil... Arabi ist... Ihr fliegt's. Okay, sie hat gerade nichts gefahren. Sie hat einen Fuchs als Pets. Das ist ja witzig. So ein Mini-Droch war halt auch geil gewesen. So, und... Wir nehmen alle Ingotts mit. Wir nehmen alle Iron Ingotts mit. Wir haben so viel Scheiß da drin liegen. Es ist so geil. Ähm... Schauen wir noch. Almost enough. Das werde ich jetzt dann... ähm... Weghauen. Und ich bin ziemlich sicher, wir haben sogar genug Ding, dass wir alles entscheiden gehen. Und das werde ich heute alles noch machen. Und sobald ich die ersten Sachen verkaufe, dann haben wir 50 Ding. Und wir können dann alle alles verkaufen. Und dann wird das Spiel sowas von easy gecheased. Ja? Ach so. Dann kill sie. Ich kill auch alle, die mir nicht gefallen. Wir gehen ganz langsam. Nein. So. Hast du nur Dwarven Meddling gibt's für mich? Ja, aber sonst machen wir den Rest einfach mit irgendwas. Es wird schon gehen. So. Seid ihr bereit, meine Freunde? Es ist ein halbes Stand her. Quick Save. Wir machen ein Hard Save. Hard Save. Das wird seit lang her. Wir hauen uns. Das Potion of Fortify's Meeting. In die Fresse? Und... Ich mache mir keine Hoffnung, dass ich jemals wieder renne kann. Wir machen... äh... bis 16 Ironing Goods. Oh, na. Du musst vergessen. Was wichtiges. Etwas sehr wichtiges vergessen. 15% extra XP. I'm still here. Ähm... du nimmst alle meine Barren. Verlier's net. Ich brauch den nur. Ich komm immer noch drin. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Let's go. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. Wir haben's bald. Drei Minuten. Bis zum Ende des Videos. Drei Minuten. Bissen. 100. Smithing. Hoffentlich. Ich... Ich soll da... In 5 Minuten oben. Ich hab ein Problem. Ich muss schnöcknöck zur Schmiede hinkommen. Katze! Katze will nicht, dass sie fertig wird. So. Wir legen 16 in... Die Bank. Dies kann ich da nicht hauen. 16 in Gott. Bige 900. Wir legen... D alleine. Die haben 10. Gut. So. Ich soll da... Wir haben ja noch nie. Also... Wir vollziehen die EHS. 18 Stunden. Okay. Und das gibt uns nämlich den Buffer vom Lover Stone quasi denselben. Okay. Love has come from... And your father's love. Gut. Wir rennen jetzt. Wir rennen! Christy. Du gibst mir jetzt schnell alles was du hast. Dwarf meddling it. Gut. Also wir haben nicht geschlafen. Doch schon. Aber nicht genug. Gut. Wir checken die Buffs. Aber wir haben uns noch 1 Minuten Zeit. Äh... Active effects. A father's love. Aber mehr. Fortify smithing. 20. 20. 20. Jawohl. Lover's comfort. All skills improve 15% faster. All combat skills und smithing. 20%. Das sind 35%. Extra XP. Jetzt hauen wir uns nur an Pot eine. Mit 35... Also mit 960%. Moment. Wir überschreiben diesen Safe. Wir... Nehmen... Ihr... Ollen... Barren, oder? Und meine Freunde... Das ist das Ende des Videos. Na, wir machen es natürlich nötig. Und gebe ihm. Das ist das Ende des Videos. Das ist das Ende des Videos. Ich schaue nochmal nach. Active effects. 28... 24 Sekunden lang. Hallo? Hallo? WTF? 24 Sekunden. Rentet es da auch? Oder was? Na ja, schauen wir mal. Wir dr righte. Das ist怎樣. Haltes. många gesündigung. Ja, eine Nachfrage. Und jetzt dann mal alle abröben. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Was ist das? Das ist tough. Oh, die werden nie wieder rennen. So. Dann haben wir Epic Bowls und dann haben wir Legendary Bowls. Dann der Rest. Ich frag mich, wie viel Level das zu haben. Oh, 76 smithing. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich werde nie wieder rennen. Außen nach unten. Das war nicht so viel mehr. Das ist nicht stackable. Der Damage Allah, by the way. Ist hecher. Er ist... Ja, er ist aufgerannt während dem Ding. Okay. Vielleicht war es deswegen das Problem. War das ein Problem? Glaubts? Sag es in die Kommentare, warum wir eine Level 100 erreicht haben. Ihr könnt es auch gern irgendwann sagen. Aber wir haben definitiv genug Waffen, um uns die Nase richtig blutig zu schlagen. Richtig Gold zu verdienen. Wir haben jetzt einen Haufen Dwarven Bowls. Die werden wir alle enchanten und dann alle verkaufen. Die sind dann sogar upgraded. Also die werden wir alle da rein stecken. In das Cupboard. Und... Ähm... I... I... Don't want any. Oh! Konnest du, dass man das so stacken kann? Schauen wir mal. Geil. Wanns ja schauen, warum man das so stacken kann. Hä? Geil. Absolut geil. Ähm, du hast wohl alles gegeben? Okay. Gut meine Freunde, ähm, das markiert die Äte, das Ende der Episode eigentlich... Und zwar... Ich werde jetzt glaube ich auf dem Warrior Storm bleiben, weil ich bin eben auch ein Warrior-Sachen. Wir gründen eigentlich nur OIS verbrauchen, dass wir auf 80 kommen, aber ich glaube nicht wird so viel Level-Ups once. Und 3. 3 Level-Ups. Can improve Magical Weapons and Armor. Advanced Armor. Wir können Glas herstellen, das ist schon mein Anfang. Glas Weaponry. Enchanting, schauen wir schnell. Aber Humboldt, das letzte Enchanting Level. Naja. Alchemie wird beide mal... Egal. Speech. Speech ist ganz wichtig, dass man aufkommt. Gut, dass ich nichts gelevelt habe. Und zwar. Vielleicht wird die Episode jetzt enden, aber ich werde noch halbe Stunde schnell was tun. Und zwar... Und zwar... Hallo mein Lieber. Nicht da in der Nähe. Nicht da... Da war er. Bei Matthau legen wir. Da. Aber ich müsste dann Skills wechseln. Und jetzt werde ich ein Haufen von meine Bows. Shit. Wie würde es denn da? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh Gott. Gefl Broad qui. Das ist ja unspektakulär. Na dann, wo bist du? What type of dragon are you? Was ist genau passiert? Ja, ähm, bitte lande. Ja, wenn du das Dobby qualmest, ist es da nicht so cool. Ich kann nichts tun, ich muss das da rufen. Ja, lande. Ja, lande. Das tut mir nichts, komm runter. Ja, meine Freunde, warum ist es immer am Schluss von einer Episode? Warum muss es immer am Schluss von einer Episode passieren? Komm runter, ich möchte schlachten. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass Advanced Armor sein soll, meine Freunde. Naja, ich schau mir das dann noch ein bisschen ab. Auf jeden Fall, ähm... Ich kann mir nix herstellen, was besser ist. Gott, gell? Wir haben einen Haufen Skillpunkte in Smitting verteilt. Und nix kann mir herstellen, das besser ist, als das, was ich kann. Ja, Advanced Armor. Scaled Plate. Scaled Plate Armor. Und Scaled gibt's natürlich keine Waffen. Oh, das schaut schon cool aus. Aber leider haben wir ja keine... Ähm, Hartz-Dinge. Keine, keine, äh... Ich weiß nicht, ob das Hartz ist. Ist mir egal. Auf jeden Fall, ich, äh, werde ich das Ganze ersparen jetzt. Und werde jetzt schon entstanden gehen. Also, bis gleich. Ja. Nein. Oh, das sieht schon cool aus. Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Zeit für die Spiele. Das ist das. Oh, okay. Was ist das? Wo sind die anderen Zolldams? Haben wir nun nicht gerade, eigentlich? Oh, da. Hm. Alrighty, dann. Ich hätte die Gold-Dinge vielleicht auch was wollen, ne? Egal. Gut. Erwe, wir haben einen Stau. Ayla, komm ins Bett, oder... verpies dich... Sie stellt es zwar im Weg. Oh. Oh oh Take a good look around I'm sure you'll find what you're looking everything take a look Okay Oh das habe ich gekauft ich bin ein Idiot verkaufen ein paar Sachen Als wir da alles, oh I have dragon scales deswegen habe ich nichts gehabt damn Ob sofort bist du nutzlos Palethor, oh Moment Er konnte nämlich nicht nutzlos sein wenn man mal was verkauft was ich brauche Und Light Armor, das ist resistance Right Remember I'll give you the best deal Jetzt habe ich es gelernt dem Smithing und seitdem ich es erklärt habe ich ihn verkaufen saß Okay, nächster Clip kommt bald Aber schaut es euch gerne an, es sind alle Highlights von dem was ich gemacht habe Und ja viel Spaß Und ob jetzt wird es richtig geil Es ist GG Es ist GG Es ist nur GG Nein, aber nicht irgendwas ist, äh Sauer Aber das hat ewig gedauert, dass ich's find. Carrying Capacity Increased. Jetzt führt nur mein Light Armor. Und ihr sagt das am Gold, ich mach das schon zur Zeit lang. Ich geh rein, kauf alles was ich will. Das Malachid und Moonstone, weil das ist das nächste Tier. Wie ihr seht, es ist, es geht rein. Ich brauch eine Light Armor bitte. Es hat so lange dauert, es hat so lange dauert, dass ich das krieg. Ich bin kurz von, ich hab alles Enchanted, was ich gehabt hab. Ich hab 100 Bows Enchanted und endlich hab ich's gefunden. Ich hab gerade mit dem Kind 1000 gegeben und hab von meiner Frau 3000 Retour gekriegt. Wir haben alles vorbereitet. Was ist mein Sweet Thing? 4. Lover's Comfort. Und der Warrior Stone. Wie gehabt. Also, ihr habt, glaub ich, einen kurzen Clip gepostet. Ich hab jetzt das komplette Glasgiano gemacht. Wir sind 90 geworden. Fast 90. Und ja. Es ist was es ist. Ich werde jetzt noch alles Enchanted und verkaufen. Zumindest bis ich 90 Enchanted hab. Oder 100 Enchanted. Ja, bis 100 Enchanted und dann schauen wir weiter. So meine Freunde. Wir sind almost bei 3 Stunden. Wir haben den ersten skill gemastert. Es ist an Level 100. Demächtig schon. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ich hoffe nur, es geht so aus. Almost. Naja. Wir sehen uns zum nächsten Clip. Ich hab immer mehr mit schmacken. Ich hab immer mehr mit dem. Das ist jetzt schon möglich. Ich hab immer die Möne. Ich hab immer mehr mit dem. Das ist unser Crafting Gear. Weapons und Armour. Uncrafted Potions 25. Same auf dem Ring. Same auf die Bracesters. Auf Armour haben wir nur Weapons drauf und dann hören wir nur Alchemy. 100% mehr. Dragon. Ebony Ingots. Ist das hier? Dragon Bones? Achso, Dragon Bones. Ja, logisch. Dragon Bones. Und Jorland Greymane's got... The steel is left. All I ask is a chance. 103 Damage. Das Ding macht mehr Damage... ...ohne Gier, als ich vorher mit Gier gehabt hab. Naja, meine Freunde... 4 Stunden Episode, das war bisher... ...mein längstes Video... ...mit Abstand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da, wenn es euch gefällt. Lasst uns abends, wenn ihr den nächsten Video einschalten wollt... ...zum Ultra-G-Song... ...in Skyrim. Jeden Tag seht ihr ein Video, 7 Uhr Livestream, 9 Uhr, ein Englisch fürs Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend... ...und für dich.